Ich war geboren in Remschenik bei Eisenkappel in einer slowenischer Familie, eigentlich bei meiner Tante, wo meine Mutter Magd war. Und die Szene, Michael Sluga, Karl Paulitsch und der Franz Roter, das war die Szene von Katharina Sluga. Der Franz Roter, der war in Wehrmacht, in deutscher Wehrmacht. Der Karl Sluga war auch und er ist zu den Partisanen dann übergegangen. Und der Michael Sluga, der ist einfach dort eingerückt zu den Partisanen gegangen. Und dann war 1943 die Gefahr gekommen, da ist die Katharina Sluga zu die Partisanen gepflichtet. Und diese Tante war auch sehr kulturell, sie hat sich in der Kultur sehr gut ausgekonnt, auch in Politik und hat sich sehr früh angefangen gegen den Hitler zu zu organisieren und auf Meeting zu besuchen und so weiter. Und dann war sie halt politisch verdächtigt. Und bis wir alle in Gefahr gekommen sind. Und sie hat aber schon erwartet, dass was kommen kann. Und da hat sie Leute gehabt, die die Post geschickt haben, sie soll sich zurückziehen. Bei sie ist jetzt die Gefahr gekommen. Und dann hat sie sich zurückgezogen zu den Partisanen. Und dann dachte sie, wenn sie davon geht, dann ist eh alles in Ordnung, die anderen sind nicht gefährlich. Aber das war nicht so. Als die Gestapo kamen, als die Gestapo kamen, waren alle gleich gefährlich. Wir haben sie alle mit, also alle arretiert. Und dann mach auf die Klone zu, das man sich richtig und ganz schön auf der Tat und abläuft. Und dann schriff, das gleiche Weihnachten wie ein paar Kamen, mach mir das so. Und dann schriff. Untertitelung des ZDF, 2020